Herzlich Willkommen zu unserem letzten Spiel der Hearthstone Liga Hinrunde. Ich spiele mit dem Chucky und meinem Priester-Deck gegen seinen Schamanen-Deck und dann schauen wir mal was geht. Oder was nicht geht. Ich will aber nicht anfangen. Na ja, der Start sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Meiner hat sich ein bisschen verschlechtert. Okay. Gleich was raus sitzen kann. Nein, leider keinen Spot. Okay. 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 Und... Wart man da noch? Oh Right away Don't mess So on jets Come on snakes We must cleanse the Sunwell jetzt holst du aber die verteidiger raus hier ich muss I will So und den nehmen wir dann im nächsten zu. Das war's. Okay. Dann schauen wir mal. Erstmal das weg. Dann machen wir das weg. Gucken wir mal was hier bei rum kommt. Das war doof. Das ist schön. Dann brauchen wir das. Und. Und. Ouch. Das war jetzt doof. So eine schöne karte weg getan. Dann hätte ich jetzt den Effekt benutzt. Dann hätte ich wieder keine neue Art ziehen können. Das war's. 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 toll. Das war's. Ist das so schnell losgelassen. Na ja. Egal. Das war's. Ich hoffe, du magst meine Invention. Ich hoffe, du magst meine Invention. Fühl die Power, Wind! Ja, vor allem ist die nur zum Schweigen Ah, ups. Was ist jetzt? Ach, wie oft noch? Pfff. Oh, ah, shit. Oh, 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 shit. Und du hast andere Monster genommen. Aber ist okay. Ja, bleibt mir jetzt völlig egal. Ja, im Endeffekt schon. Aber rein strategisch. Ich gucke nur noch 3 Züge und du hättest mich decktot gehabt. Ganz langsam. Mauen wir noch etwas tolles aufs Feld. Das war's. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.